ergeblich verbessert und arbeitstempo aber aus knochen ist diese starke medizin macht man keine lassen wir sie lieber depressiv oder leben bei knochen aber knochen muss man noch isepam können bei irgendwelchen tieren kannst du nicht erzählen dass das nicht geht wird immer gleich so ein bisschen los und mal gucken was es noch so gibt aber jetzt ist es dunkel geworden dann mache ich das nicht ich habe dir ja es gab 400 pfeile haben die hergestellt ich habe dir in die zweite kiste hier die hälfte hat auch hingetan so mag schlafen wenn das schon geht ansonsten hole ich noch mit eisen metall von drüben sachen holen damit wir unsere palz heilen können geil mann fällt mir so gegen team ist jetzt mal schauen ich habe da wieder irgendwas rausgenommen muss dann immer aus dem team rausnehmen zack so mit dem chillen auch mit testen wie das geht mit dem hier liegen 328 der blauen dinger also in der kiste noch mal zwei medizin normalen poko wenn er die blauen ja ja die sammeln die ganze zeit einen packte kiste ach so ich dachte das machen die anderen bist du halt auch so ein typ der das macht passt ja ja stimmt ich habe ja das gewehr gelernt ich habe das das doch ich habe doch das gewehr gelernt glaube ich alte pistole ja habe ich auch schon gelernt kann man easy herstellen war waffenwerkbank ich glaube ich habe da so eine gebaut musste ich ja zum progress wo die ganze waffen sind nun ich bin ich glaube ich für schauen wir machen okay wo das dauert wieder das müssen wir unseren fb hat gedrückt halten Warum, zum Teufel, läuft mir das viel? Ungefullt, faul, Lens, gut. Dankeschön. Ja, geht alles von alleine weg, kein Problem. Easy. Hilft hier gar keiner. Wir brauchen die Handwerk 2 oder so. Wir helfen nicht, die Säcke. Alter, wie er mir auf den Sack geht, verpiss dich doch und mach was anderes. Ja, der packt auch zu mich rum, die Großen. Geh da hin und mach da was. Guck, er läuft mir halt eiskültig nachher. Ja, mag dich halt. Er sympathisiert mit dir. Ja, aber ich will nicht. Aber es ist ihm noch egal. Ich werde schon gleich die Klippe runter. Der sucht deine Liebe. Also so, ne? Der versucht, ne? Der drängt deine Liebe dir auf. Richtig ein. Pumpe, kannst du in das Eis, ne? Kannst du in das Eis. Also lieber, knuff den doch mal. Oder, ich knuff den gleich richtig. Ich knuff den gleich ins Gesicht. Machst du jetzt unsere schöne Wiese komplett stein, oder was? Alter, es wird hier alles zu betoniert, dass der auf Stein kommt. Oh mein Gott. Dass ich da weiter betonieren kann. Scheiß auf Wiese, Mann. Oh, komm. Es ist so schön grün überall. Ich habe gerade die Moskite fertig. Natürlich hier. Was ist denn hier Munition? Minderwertige Munition. Das sind natürlich alles Fliegeviecher, ne? Alles Fliegeviecher. Wie ich gesagt habe. Ich hätte es nicht die Klappe halten können, ne? Eindringen hier zurückschlagen. Ja, läuft. Wow, das sind ja echt. Ich habe Moskite-Gabee gebaut. Oh. Oh. Jo. Oh. Elektro-Vögel auf Level 31. Das sind alle tot für mich, ne? Tot. Ich mache den gar nichts. Äh, ich bin tot. Ich konnte nichts machen, Leute. Ich wollte meine Armbrust holen und so. Tun unsere Viecher zumindest angreifen. Na ja. Alter. Ich treffe wieder spawnen hier. Laufen. Kann ich mich nicht bewegen. Ich bin gespawnt und kann mich bewegen. Hallo. Dann kann mich nicht bewegen. Hä? Jetzt? Mein Spiel geht nicht mehr. Hallo. Hi. Spiel ist RIP. Ich kann nichts mehr machen. Kein S-K-A-B-I-N-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E. Wie machst du die Rechner-Maust-Taste? Ne, lol. Ich bin irgendwie auf dem anderen Rechner, Alter. Ich steuere irgendwie den anderen Rechner. Ich habe dieses KVM. Ich steuere irgendwie meinen und den anderen Rechner auch. Was ich hier drücke, ist am anderen Rechner irgendwie auch so Copy-Paste gerade. Ach so, lol. Weißt du warum? Oh mein Gott. Ich habe Wireless 2,4 und Bluetooth und es ist auf Bluetooth gekommen. Tastatur war am anderen Rechner. Wie denn? Äh? Ich bin halt noch nie auf die Taste gekommen. Warum gerade jetzt? Ich habe mich doch gar nicht aufgeregt oder so. Oder so. Irgendwas irgendwie Panik gehabt. Was ist denn das? Irgendwie ist mein Zeug nicht in der Tasche. Ich habe alles aufgenommen, aber es wird mir nicht angezeigt. Also ich habe mit X alles aufgenommen. Es war in der Kiste, aber ich bin komplett leer. Also das Inventar ist leer. Du hast dein Zeug auf jeden Fall an. Ja, ja, genau, das sehe ich auch. Genau, genau. Ich habe es an alles. Aber das Inventar ist leer. Und ich habe ja auch in die Kiste reingeschaut. Okay, du bist halt hier für mich. Aber du stehst hier. Ja, ähm. Ich habe ein bisschen designt bei mir. Das ist nochmal Rielong oder so. Was ist denn hier jetzt hier in der Kiste? Hast du vorhin Erz geholt irgendwann? Was wir angefangen haben, oder? Äh, ja, ja, davor. Ja, 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 aber das ist erst seitdem ist jetzt 22 Erz. Die sind alle ausgehungert, depressiv und fertig mit Nerven hier. Verstaucht. Also, die machen hier nichts mehr. Also, wie ich das gerade schicke, dass ich hier die ganze Zeit überladen bin, ne? Alle, die hier sind, machen nix mehr, weil die hier fertig sind. Loll. Wie man das in den neuen packen. Sind die halt alle fertig hier? Oh, Angriff auch hier. Ach, das kann doch nicht jetzt hier schon wieder. Ich glaube, oh, ich bin jetzt, oder? Naja, wahrscheinlich tun wir hier alle weg. Nee, hier ist nix rotes bei mir. Bei dir wieder? Wir sind doch nicht schon wieder hier, oder? Wir haben jetzt gerade alle reingetan. Nee, bei mir. Komm mal rüber. Sind irgendwelche Banditen? Ich wollte halt die mal schauen wegen Metall. Und jetzt müsste ich halt alle hier heilen. Und austauschen. Naja. Wo sind die Boys? Da oben kommen sie irgendwie entlang. Aber jetzt laufe ich hier. Also, es ist vorbei zum Erz. 38. 38. Was ist denn das, euer, für Viecher? Wow. Und mal random eine Kugel hingeschmissen. Boah, tot. Keine Chance, ich wollte gerade Deutschen, aber zu viele. Ja, keine Ahnung, was können die denn? Also, der eine spuckt Feuer in den Anden. Oh. Okay. Wieso kriegen wir denn jetzt 38er Gegner? Weiß ich nicht. Sollen wir hier wieder einsteigen? Sind die weg? Ja. Keine Ahnung, sehen wir dran. Ne, stehen hier noch alle. Jo. Oh. Boah. Alter, Flammenwerfer und irgendwelche anderen Sachen. Naja. Ich habe Brandon mal einfach Kuh geworfen, aber ich habe keinen bekommen. Ich bin immer noch da. Uff. Okay, jetzt gehen die weg. Ich weiß ja, dass die Angriffe anscheinend heftiger werden, ne? Ja, okay, aber es sollte sich immer noch bitte an den Spielern orientieren. Ey, das ist meins. Ach so, das war's. Stopp, stopp. Ja, warte. Ich packe es hier. Oh, extra. Hab'r extra gejuckt, dass ich dich da eins nehme. Meine ganze Armee, also die dauert es. Wieso sind die jetzt alle hier? Ach, du hast dich jetzt in die Basis gepackt, lol, okay, okay. Geht ja nicht anders genau, genau. Ich dachte schon, hä? Und jetzt, wir haben uns ja auch ziemlich weit gewagt, irgendwelche Tätorien. Was? Dabei wollte ich nur... Oh, falsch gedrückt. Dabei wollte ich eigentlich nur herkommen und Metall holen. Ja. Und hier gibt's keins. Okay. Ähm, Metall. Kennen ja hier die Viecher. So, hat der noch was? Ne, eigentlich ist der okay, oder? Eins, zwei, drei, vier. Okay, der ist gesund und munter, passt. So, der ist gesund und munter. Achso, die sind alle krank, depressiv, ausgehungert, depressiv, ja, okay. Verstaucht, hungrig, okay, Magengeschwür. Mhm, mhm, mhm. Während andere, alle, andere Transportleute, die können auch transportieren. Geht's den gut? Okay, eins. Depressiv. Wew, wew. Wir haben diesen einen Affen hier mit, da. Der kann ja auch schleppen. Ja, diese Farb läuft hier wieder. Passt. Ich hab einfach andere hin. Trotzdem müssten wir die halt irgendwie heilen, diese Viecher. Ich hab' nicht. Jetzt hat, zack. Ich kann... Hä, warte noch mal. Ich kann dieses Schneider, also den ich benutzen hier. Von hier. Jetzt halt. Jetzt so ruhig. Hier ist echt verrückt hier. Drüben, tün, 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 tün. Und hier? Gar nix. Irgendwie kann ich diese ganzen Kisten und Sachen nicht immer so richtig benutzen. Vielleicht doch an einem Tag selber neu starten oder was. Okay. Haben wir da keinen Metall mehr hier? Ne. Null. Haben wir auch keinen mehr, der brennt hier, haben gar nichts mehr hier. Ich hol so einen. Darf ich die wieder rausholen? Ja, warte, warte. Ich pflaster das hier noch fix. Ich hab grad alles, was ich im Moment hatte, da... Ja, so ein Feuerviech kann man ja holen, glaub ich, das kommt ja dann dahin. Ja, den kannst schon. Beeren, rote Beeren, Palladium... Voila. Anfirmher. Ach, wenn's nicht, wem? Noch mal. Umso. Ich glaub's, dass wir nicht hier stehen. Aber da, wie soll's nicht, Palladium? ok der schmilzt macht er gut passt also diese waffe war nicht so geil nicht so gut er braucht hat ewig zum nachweis der scheiß muss dienster guckst du mal schießt mal hier und dann jeder halt erst mal so hier da zack oder rein macht rum ja dann war ich jetzt schon fast tot mammut kommt uns besucht durch die mauer ist es doch gegangen mammut also ob keine da gewesen wäre ist ja nichts hinsetzen weg die waffe weg 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 fertig das weg medizin war für magenschwür und knochenbruch ich brauche nochmal die andere die ist für erkältung und verstauchung schweißer oder kisten etwas kühlen du willst ja echt alles alles voll machen alles voll machen was hat man da für vorteile wenn du anders anders nicht mehr im grünen ist du bist doch schön fürs auge ganz toll freut mich ja so schöne wiese du wachst auf und alles das feeling das ambiente aber ich meine du kannst nicht beliebig weit decken bauen ich glaube decken müssen über fundament sein du willst du willst du eine halle draus machen ja dass wir hier leben ja wie ein alcatraz der kasten ja ja kenne ich ja das ist mein lieblings baustil und hier kann man hier schweben ich will nicht mehr überladen sein wieso kann ich diese kiste nicht mehr auf okay dies fette vieh ne das ist ein mammut das wird immer durchkommen er durch die mauer geht durch ist egal das ist ein angenehmer zeitgenossen er ist nicht einfach nur durch die haustür gekommen ja ja durch die mauer die tür was macht er denn eigentlich hier auf was erzeugt feuer der steht hier und macht feuer für irgendwas die ganze zier nicht für das metallding das habe ich schon fertig ähm vielleicht für das fass oben ja da habe ich auch gedacht mal kurz hochladen aber warte das hat das nicht immer so werte wenn man nur manchmal zeigt es mir an was das ist oder nicht ist ja das ei ist das jetzt besser du möchtest das ding ne oder ne glaub nicht das ding ist du kannst du nicht einfach einen abstellen das ist viel zu wertvoll du brauchst ja ja aber hier ich brüte mal eben das andere Ei auch hier aus das dicke Jumbo Ei der düsteres Jumbo Ei ein Nox Nox Vox ja ein Nox warte hier so einer achso ich hab den sogar auf Tasche ähm so einer so einer ui ich glaube er habe ich auch Level 1 ok krass der kann sammeln 1 das war's ok ist er nicht ganz loslos das ist seine ja mhm ist er nicht ist er nicht ganz loslos und dafür halt ein großes Ei oh wild hier noch Alpha Element Level ja stimmt das ist auch komisch vom Verhältnis her angeschwört depressiv der ist ok ausgehörgert und überfressen depressiv ist halt sehr oft aber da braucht man jedes Mal Knochen das ist too much dann haben wir hier gehts gut haben wir gar nicht genutzt noch ein Chillit hier das unser Kühlschrank chillet der hier gehts nicht wieder gut oder was wo sind denn die anderen hin ich hab jetzt nochmal sortiert gehabt diese die hier die müsste ja alles schlecht gehen depressiv ausgehungert ja das sind die und die kleinen Pinguine da die Schlepper depressiv Magengeschwür Verstauchung ich glaube für Magengeschwür habe ich was oder schau mal schau mal noch ein Bruch Magengeschwür genau hier wieder gesund gut gut dann können wir es auch jetzt wieder gut so dann nächstes depressiv kann ich erstmal nichts machen das ist hungrig ja aber dann gebe ich jetzt einfach was zum essen oder das ist jetzt kein Wert den man nicht verändern kann und noch ein paar Bären ok dann noch weiter zum essen jetzt ist er auch depressiv hey du ich hab dich gefüttert ich hab da also oh depressiv ok der ist ok der ist auch ok der ist depressiv ok Verstauchung ähm ist das hier ist wieder gesund hoffe ich doch ok der ist wieder gut depressiv müssen wir wirklich das andere Ding herstellen auch depressiv weinchen auch immer diese depression ne Alexa schlummer ok der timer wird fünf minuten lang ausgesetzt warum ist dieses pferd vom himmel gefallen oder warum ist das totes pferd warum ist das pferd hier ist so ein blitz ding einfach hier ist so ein blitz ding einfach dieser pferd ist am ende lass ihn in der box wieder zu kräften kommen der ist doch gar nicht ok der ist wieder gespawnt war der ich hatte doch alle weg ja und du hast gesagt das 4 und 6 oder so ja ja die sind jetzt vom himmel gefallen ja vielleicht ich also mich haben diese elektro vögel als die mich angeschossen haben haben die mich sonst wo in die luft geschleudert ne ja ich ich war ja im haus vielleicht haben sie sich ja auch in die luft geschleudert krass ob das ja auch gar nicht mehr zugeordnet war es haben viele gefehlt viele haben ja so die halbe box war leer unten das ist das krasse was machst du also was müssen wir noch machen dass wir sie rausholen können äh können wir gleich so muss man die ganzen kisten hier weg machen ja ja auch aber ich glaube du kannst dieses hauptgebäude nicht weg machen oder sonst ist alles weg also ich weiß nicht ob wir das versetzen können aber es ist schon wieder dooster das wir planen kann sein wenn du das baust das sind alles zusammen also ob das alles zusammenfällt ok das wäre krise man könnte ja ich weiß nicht manuell speichern kann ich nicht aber ich kann halt ich weiß noch nicht ob er speichert ich weiß noch nicht ob er speichert wird ich weiß noch nicht ob er speichert wird kein plan ich könnte dort nur Backup machen und gucken mal ob er gespeichert hat aber hier können wir die Dinger leider nicht hinstellen bis hier kann man noch eine Wand ziehen genau so der soll hier ach so oder so ja ok du hast ja alles weg gemacht die Windmühle alles und das ist der kleine Ding alles oh mein gott dass wir das dann halt auf Erde also auf auf Ding stellen können ja ich sehe nicht damit das alles ein Leben ist und wir nicht rauf und runter laufen müssen oh krass kannst du die Sachen bauen eigentlich alle? ich habe das meiste gelernt ja ok ok das das wäre gemacht ich meine wir hätten ja auch die anderen mal kaputt machen lassen können wir auch ok gewesen haben die eh gemacht ok dann muss ich den lol jetzt kann ich da echt schon wieder keinen hinstellen oder was? mann da wo ist das ne Punkt dafür? was geht mir denn? hm das hier nochmal kurz rüber wegen Metall gehen wir komm eine spawn-po und ich geh von einem anderen ok okay dem gehts noch gut der abfeld tut mit dem kopf steine sammeln hier sehr bescheuert er soll jetzt einfach sammeln hier also helfe ich noch nicht sammeln ist der affe doch das verkehrte für sowas wenn ja auch steine wir müssen sammeln depressiv depressiv der ist so lagern das können die schafe ja auch okay ich schaffe auch wenn die tun ist das am kopf balancieren lassen ja 1220 dinge haben wir noch alle schleppen schaffen wir alles gar nicht wie viel die abhacken müssen wir jetzt alle laufen lassen nachher kommen die wieder weg tun so viel aufholen nachher kriegen wir die pfalz ja auch so luxusbett und so eine scheiße alexa stopp ich muss dann gleich mal kurz kühlschrank weg zu gut schnell haben wir genug betten das metall holen was das das leider hat er ein da da Sachen gibt's doch hab ich hab ich da das kann jemand hier schon mal brennen wieder ein königlicher ausgucken hat jetzt leider an scharen verloren das heißt naja wenn du jetzt oben auf dem dach stehst und runter guckst du guckst auf das ist nett danke so plattenbar aussicht oder jetzt ja ich hoffe es gibt keine begrenzung dann ist einem baum so weit zu machen wenn man so eine zweite stock das wirklich gerade ist und sind nur noch oben ja aber gerade weil ich sowas befürchte wie es gibt eine begrenzung erstmal nicht da darf ich nicht da ist eine kiste da darf ich schon da liegt es ist so 90 holz da ist noch einer gespawnt einfach wieder von oben ja dann muss da müssen irgendwo zwei sein die fixie fixie ist gespawnt den hat mir stimmt gar keinen mehr okay okay fixie ist gespawnt ich hab wieder rein na nur einer die kommen dann schon langsam wieder okay wild wild dass sie dann einfach weg sind und dann irgendwann spawnen was sind die mann also vom schaden her und sowas waren die also was waren das für viecher die waren ja ultra geil das waren ja so tanten mit hüten naja so reitanten mit hüten hier ist ein laxerus lux schnell reise ich habe nur mit ein draußen ist halt auch krass wie hast du das gemacht bis jetzt hätte immer 20 draußen wir am anfang hat gell naja wieso darf ich denn nicht an die kiste hier was kann denn die kiste dass die anderen weißt du andere seiten so komisch stehen habe ich auch gehabt eben ich konnte auch an eine kiste nicht sofort ging bei mir auch nicht hungrig bin ich so ja ich stehe ja auch mit ein hp weil ich hunger habe ist metall rüstung ist fast kaputt reparieren also dann waren die angriffe die ich gestern hatte nur nur harmlos im vergleich zu dem hier war ja wild nächstes nächstes mal kommt vierziger was überlappt mit einem objekt da ist nix man ich sagte mal was die haben uns damals total genudelt war richtig rein genudelt ja richtig wild genudelt haben sie ohne gnade oh ok hallo guten tag oh 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 Und jetzt wird sowas kommen wie XY geht nicht auf Fundament, sondern muss auf normalen Boden stehen Natürlich sein, klar Okay, ich weiß nicht, ob ich die Schmerzen bin du schwach mann weg 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 keine chance keine chance tot irgendwo ein greifbar reichweite oder? ne ich alles gut ich spawn wieder ich hab ich hab mal diesen Lennoxus da probiert nö gar keine chance man der ist zu stark der grillt alle meine viecher krass der ist ein Dino großer Dino größer als alles was wir haben richtiger Dino und ich wollte mal da rein und gucken der hat alle meine Tiere instant gegrillt aber der ähm der Boss der ist schon stark den ich da hab der mit den Flügel der hat schon geile Angriffe nur das Ding ist halt der anderes hat auch noch stärker wegen vier Level höher ich kann sofort das spawnen vielleicht brauche ich doch meine alte Truppe wieder zumindest bei sowas wow ich spawn und wird angeschossen von genau so einem Dino kann man die Lüstung nicht holen oh mein Gott help hä wie kommt der jetzt her da war eben eben doch nicht da wieso läuft er mir hinterher äh der ist so schnell und ich hab auch kein Gleiter oh mein Gott um mein Gott um mein Gott hallo 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 oh nicht tot ich spawne kriege einen Schuss hab ein HP gefüllt oder zwei und dann muss ich weglaufen und eben kein Gleiter kann nichts und ich kann nicht looten mein stuff oh mein Gott man diese Wichser ich würde ja sagen ich kann dir helfen aber ich hab ein HP ne ne ich kriege ich schon hin ich muss nur meinen Hut holen wieder weg wegen Essen oder was ja aber keine Ahnung solange ich hier bau brauche ich ein HP ne ja ja reicht ja das ist genau der eine HP der mich am Leben hält und mit dem ich bau kann du bist doch einfach das Ding hat doch Essen die Tier die Tierdinger da drin ja aber der hat ja der hat ja ne Minute wieder Hunger ja tu es doch in die Tasche rein dass er automatisch ist ey so jetzt sind die aber alle verschwunden irgendwie ich bin wieder verschwunden irgendwie wenn ich wieder mein Zeug hab ich reise öfters nicht nach Haus sondern zu diesem einen Punkt der in der Nähe von der Basis ist ja den oben drüber ne ja crazy shit meine Viecher einfach ripp ich muss die wieder rengen lassen ey ich mach einfach mal ein Eimer zurück und fertig der Elfvieh war krass die zwei waren krass das ist der Elfvieh mit Level 30 und der Quiverin Quiverin ja der Wolf war doch mal weil sie auch tot dachte ich ich muss den mal Leveln auf mein Level bringen oder so da können wir schon... ne ich muss den auf mein Level bringen und dann... So, haben die Depressionen oder was? Okay, der ist depressiv, den kann ich nicht mitnehmen. Das ist immer noch wie so eine Scheiße. Nimm dir noch mal so ein paar Kugeln aus, da ist das schlimm. Ach, Schuss gelernt. Ich muss ein bisschen leveln. Ich war bis von der Sukuna da, ja? Sie wünschen? Okay. Ja, ne, passt schon, passt schon. Wenn du jetzt spawnst, dann haben andere Leute jetzt irgendwelche komische Rookies hier. Ja, ja, ja. Okay, und wo sind meine Tiere jetzt? Komm, die waren gerade noch eben bei mir, als du gesagt hast, du bist schon weg. Ach so. Zack, selben Gegner angreifen. Äh, was ich meinte, wir können ja hier direkt eins in der Nachbarschaft bauen, ne? Nach so ne Box. Wir können gerade vom großen Level her nur zwei Dinger bauen. bei Palboxes. Ja. Bitte erhöhe die Lagerstufe deiner Gilde oder baue ein existierendes Lager ab. Das heißt, die Stufe der Gilde erhöhen? Äh, Lagerstufe. Ich denke mal, das wofür wir hier die Questkacke da machen. Ach so. Okay. Okay. Stärke. Okay. Ja, dann, dann, dann ist das jetzt klar, dann, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr machen. Hier. Zwei auf einmal. Egal. Woa. schiller tot und ich war es erst mal von dem gekämpft würde ich mich nachgeladen du wichser ja der refused der refused meine bälle ich habe ihn getroffen sie sind abgeprallt an ihn hat 38 leben wenn man am schiller drum gelaufen und ein bisschen level und habe auch so drei dinos getroffen oder bin so zwei dinos getroffen die waren wir waren nicht nett die schießen voll krass genau leder muss ich auch sammeln haben wir ja ein paar töten hier für leder ich stehe auch hier ach du der hat auch leder oder knochen wen könnte ich fahren für knochen diese dinos haben die keine kann mich keine weder drauf jeder die ich habe haben anscheinend so und so ein komischer cool doch sie echt noch erzählen und schließen können alle anderen drei fähigkeiten oder so von wem kann ich jetzt noch mal also das sind diese schatten viecher und von floppy mit vier floppy so rumlauf anstatt mit diesen viechern die stärke weil die schießen jetzt einmal diese komische schatten geschossen und zehn sekunden cooler und selber verfehlen das ist und irgendwie die anderen hatten einmal der märische fähigkeiten vielleicht sind sie auch deswegen kann man sie heraus holen da draußen lassen lila 3 ok nicht so viel ja was ist das ist ein größerer charme oder was ja ok chill mal was droppt das ding zucker warte ein hochwertiges ballöl ok mal wo die opz eben hier ich habe ich schon ein jetzt greift ex und wolf an und mein ding ist nicht nachgeladen vier angriff ja ich mache ich drücke auf vier an das selbe ziel die schießen vorbei und jetzt ist er wieder erstmal cool und mein schad hunger gefährlich die gegend hier oder ich sag sie das ist nicht ohne oder ich bin chill unterwegs dann aber der ist jetzt tot die ganze zeit und ich glaube der erholt sich auch nicht in der ding wieder wenn ich schon hier bin hole ich mir irgendwelche leere oder knochen viecher beim spawnen direkt zwei dinos krass das ist hart warum ist sie denn hungrig ich hab verstehe ich nicht ich hab ich hab die bären in den slot reingetan und sie sind dann auf einmal wieder weg also aus dem slot nicht mehr sind sie nicht mehr drin strange erst mal nachladen meine viecher schießt ihr auch oder nicht machen sie nicht mehr bis jetzt haben sie geschossen aber ich habe jetzt zwei dinos angegriffen von denen jetzt schießen sie jetzt schießen sie mein gott ey gut okay passt egal hochwertiges palmöl keine knochen diese schüsse von denen sind zu krank von den dinos wahnsinn ich komme mal so ein ding das ist ja wahnsinn wir sind ganz normal dinos hier wir haben auch alle direkt unter magie scheiße die ansonsten wird verfolgt ne ja muss aktiv auf sie schauen und dann dodgen links rechts sonst geht es geht gar nichts diese relaxators glaube ich sind das ja voll düster aus hier ich bin bei der pression krieg sie hatten unsere viecher eh also von daher interessiert aber jetzt jetzt ich vielleicht und jetzt zu leute nämlich interessieren du kannst du kannst du auch betroffen werden das kann sein ja aber hauptsache es ist schlimm ich glaube ich glaube wir müssen mal für ein zwei stündchen muss nicht heute sein das nächste mal das gewicht auf keine ahnung hunderttausend stellen oder sowas kannst du ja kann ich ja gar nicht kannst du nicht ne hätte ich ja sonst hätte ich ja schon gemacht also ich schau nochmal aber du kannst das nur mit train stamina und so und scheiß gewicht geht nichts ich habe hier schon hoch gestellt relaxauros sind die zu hoch oder was oder umskillen dass du halt dann beim bauen schnell auf gewichtskillst nur ja man darf ja eigentlich umskillen ich weiß nicht ob es da irgendwo sowas gibt habe ich für diese relaxauros sowas nicht oder was diesen elfiv dings da ich weiß nicht 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 ich weiß nicht